Sie haben sich dazu entschieden, mit Baudirekt Ihr persönliches Eigenheim Wirklichkeit werden zu lassen. Nach Vertragsabschluss mit Baudirekt beginnt die Planungsphase. Unsere Fachleute kümmern sich dabei um all ihre Anliegen. Die Architekten und Architektinnen zeichnen das Haus nach ihren Wünschen. Fachplaner konzipieren die Haustechnik und Ingenieure konstruieren den Bau. Währenddessen kümmern wir uns um alle Unterlagen für die offizielle Baugenehmigung. Welche Baustoffe, Materialien und Ausstattungen braucht es? Welche Maurer und Zimmerer arbeiten? Was für Elektrosanitär- und Heizungsinstallationen? Alle Bauleistungen werden genau festgelegt und ausgeschrieben. Dabei bewerben sich regionale Handwerker mit einem Preisangebot darum, ihr Haus zu bauen. Dank unserer jahrelangen Erfahrung garantieren wir Ihnen den Baukostenrahmen mit Unter- und Obergrenze. Preisvorteile geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Sie zahlen nur den Festpreis, der bei der Ausschreibung herauskommt. Und zwar direkt an die Handwerker, die Sie gemeinsam mit unseren Spezialisten ausgesucht haben. Ist die Baugenehmigung erteilt, erfolgt die Überleitung an den Bauleiter oder Bauleiterin. Ihr wichtigster Ansprechpartner in der Bauphase. Baudirekt. Mit Sicherheit gut gebaut.